komm eine ausgezeichnete investition zack das ist wirklich viel stärker als die ich jetzt anhab hi sagst du irgendwas mehr sagt er echt nicht eigentlich hätte ich die jetzt verkaufen können aber egal kann ich auch bei mir behalten so hier ist alles kaputt fast alles kaputt mann 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 was haben wir bloß angerichtet aber der macht ja auch echt alles kaputt hier hat das hatte da oben nicht irgendwas in land gehabt keine ahnung naja das kann nicht sein der stein bastard sagt mir wo ich den wächter finden kann er gebt euch zu den ebenen vor der stadt und beeilt euch der art wartet dort auf euch beide auf euch beide ich bin auch alleine oder meint man mich auch ja 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 komm dann bewegt dich das nix neues aufgegangen dadurch so aber immer dieses außenrum gerenne hier ist ein bisschen nervig aber wir kommen aber zu den machen wir die andere furze ist ja da hinten weiter nicht hier sagt bums alles gemacht krummsi bums der zieht den hammer genommen wusste ich doch dass da was fehlt nein hoho mies er schafft nicht ihn zu töten erscharfer knochen tut das weh ich kann ihm nicht helfen reiter dein schlimmstes ach nö wollt ihr mich verarschen ouch mist zack 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 ja mich auch hier konnte man noch mal schneller reiten wasser oder war das so was so war das um sie an zu visieren ok los weg hier weg hier weg hier ouch boah ey wie schwer ist das denn mein gott pdf nein du kriegst mich nicht nein du kriegst mich nicht na geht doch boah ey kann das sein dass ich da jetzt darauf einkommen muss oder so oder was muss ich machen ich weiß es nicht ich weiß es nicht achso ja jetzt war sie das aber wenigstens ok ja komm hau zu boah ey mein meine güte ey ich hab keine tränke bei mir ist das ätzend ist das ätzend ja wieso wieso trifft er mich anders ich verreck eh gleich also jetzt schon na komm hau zu ich glaub du kriegst mich nicht ne wenn ich so schnell bin ouch und tot oder auch nicht hm wieso ist denn meiner so langsam mit einer wieso ist denn meiner so langsam mit einer soo wieso ist das ding so weit dahinten meine fresse ey boah ey ahja ist das ätzend gemacht und bin tot war klar das war so klar hm hm hab auch keine tränke gehabt deswegen muss ich nochmal zurück ich muss mir mal welche holen ach scheiß Scheibenkleister hm hm Mist das ist ja auch gemein gemacht echt reitest du auf dem Pferd muss ausweichen dann musst du schnell dahin reiten abspringen dich ranziehen dann auf den Stein einklappen boah ey ok na gut na gut wir müssen uns zur Schamanin und uns erstmal Tränke holen sonst klappt das nicht hm hm sonst sonst können wir das vergessen ja schön ätzend ist sowas kommen wir da überhaupt hin oder ist das kaputt ne man kommt noch hin zum Glück hm hm zack davon habe ich nicht noch genug eigentlich ne es soll wohl nicht sein ne schade Reaper Energy Exkursion was haben wir denn hier noch was haben wir denn hier noch vielleicht können wir irgendwas anderes gebrauchen davon Krete Scharn Magie Zorn bei Exkursion gefundenes Gold äh Magie Zorn blablabla Reaper Exkursion komm die holen wir uns mal dann legen wir uns die an zack zack wofür war das eigentlich nochmal ähh